Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Simba. Der hat gerade seine Morgenrunde hier hinter sich, ist ein bisschen kaputt. Wird jetzt normalerweise auch schlafen, wenn jetzt nicht der Alte hier stehen würde und ein Video von ihm macht. Und dann dabei auch noch Leckerlis hier rumfliegen. Heute soll es nochmal kurz um das Thema Kinder gehen, also Ritchback und Kinder. Und wir haben ja jetzt ein bisschen was länger an Erfahrungen, auf die wir zurückblicken können. Ja, Simba haben wir jetzt seit gut einem Jahr bei uns hier. Und ja, also er ist ein Familienhund, keine Frage. Das war uns auch klar, als wir ihn angeschafft haben, dass er ein Familienhund ist. Deswegen wollten wir ihn auch haben, weil wir seine Charaktereigenschaften super finden. Zumindest die, die man halt so im Internet nachlesen kann. Ja, da gibt es ja mannigfaltige Rasseportraits über die Ritchbacks. Und wer das noch nicht gelesen hat, der sollte das auf jeden Fall tun, bevor er sich einen anschafft. Und ich will es aber auch nicht schön malen. Ja, also das klappt schon alles gut. Aber auf Seiten unseres Sohnes, der war zu dem Zeitpunkt, als wir Simba bekommen haben, fünf Jahre alt, gerade fünf Jahre alt. Da gab es dann auch ein paar Tränen. Das will ich also nicht verschweigen und hier so tun, das wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Aber es kam halt schon mal vor, dass Simba seinen Spielgefährten, ja, weil für ihn ist ja so ein Kind im Prinzip nichts anderes als ein Welpe. Ja, so geht er auch damit um, ja, so ganz grob gesagt, ja. Und ja, da kann es dann schon mal passieren, dass das sein Spiel, also das Spiel vom Simba dann dazu geführt hat, dass unser Sohn dabei auch mal dann umgeschubst worden ist oder so, ja. Ja, das lässt sich leider nicht ganz vermeiden, dass wir da irgendwie Angst haben müssen, dass der beißt oder sowas. Gar nicht, ja. Also das überhaupt nicht, ist so super lieb und klar, als Welpe nimmt er alles ins Maul oder in den Fang, was er so bekommen konnte, ja. Gerade so am Anfang ist das auch mitunter ein bisschen nervig, aber das lässt ja dann auch nach und also da braucht man sich im Prinzip keine Gedanken machen. Unbeaufsichtigt lassen würde ich die zwei trotzdem nicht, aber da mache ich mir weniger Sorgen um unseren Hund als mehr um unseren Sohn. Weil man muss ja sich auch mal vor Augen führen, wie wächst denn so ein Kind mit fünf Jahren auf, ja, mit welchem Hundebild, ja. Und da ist ein Thema, ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel, ja, die Sendung Paw Patrol, also wer es nicht kennt, das ist eine Kindersendung. Da übernehmen Hunde die Aufgaben von Feuerwehr und Rettungsdienst und Polizei und so weiter, ja. Das sind also Hundewelpen, auch ganz putzig gemacht und für die gibt es nichts Tolleres und Schöneres, als wenn man ordentlich und doll mit denen knuddelt und dann freuen die sich ganz doll. Das Ding ist aber, so ein Hund in echt, der hat da mitunter nicht unbedingt Bock drauf, ja. Also das sollte ja auch irgendwie jedem klar sein, ja, wenn die im Fernsehen dann feiern, wenn die da umarmt werden und wie toll die das finden, das findet ein Hund im echten Leben halt nicht so toll, wenn man dem quasi die Fluchtmöglichkeit nimmt. Vor allen Dingen, wenn er auch erstmal den kleinen Knirps ja gar nicht kennt, der das mit ihm veranstalten will, ja. Also da muss man auf beide einwirken. Einmal auf den Hund, wie der mit dem Kind umzugehen hat, dass man ihn entsprechend, ja, auch korrigiert, ja, wenn er das übertreibt. Und natürlich auch auf das Kind Auswirkungen einwirken, so rum, ja, einwirken, dass es halt eben so Sachen unterlässt. Mittlerweile haben wir dann, ja, ganz, ganz guten Umgang erzielt, würde ich doch sagen. Ich haue euch jetzt an der Stelle mal ein Video rein, wie unser Sohn mit dem Simba übt. Ja, also übt in Anführungsstrichen, aber ich will es euch einfach mal zeigen und sage dann noch was dazu. Bis gleich. Simba Simba Lasst, der kommt, der kommt, platz. Lasst. Jetzt solltet ihr das gesehen haben, was unser Sohn also da veranstaltet mit unserem Hund. Unser Sohn ist jetzt sechs Jahre alt. Ja, und klar hat das ja jetzt nicht unbedingt hier den großen Lerncharakter oder sowas für unseren Hund. Aber das bringt trotzdem was, weil die zwei auch lernen, so miteinander halt eben vernünftig umzugehen, auch ein bisschen Respekt voreinander zu haben. Da ist das gar nicht verkehrt. Unbeaufsichtigt. Alleine würde ich das jetzt auch nicht einfach so machen lassen. Also dass mein Sohn jetzt da plötzlich meint, den Hund erziehen zu müssen oder sowas. Also das, das gibt's, das gibt's einfach nicht, ja. Die Situation, die ihr jetzt auch eben gesehen habt, die war jetzt auch nicht irgendwie für das Video gestellt oder sowas, sondern es hat sich einfach so ergeben. Und ich habe halt einfach die Kamera mal drauf gehalten. Ja, also so geht's halt bei uns zu Hause ab, ja, in Anführungsstrichen. Und ja, die zwei verstehen sich natürlich gut. Klar, nochmal, ja, unser Sohn, der ist sechs Jahre alt, dass er da halt hier im Befehlston den Hund durch die Gegend scheucht und dann erwartet, dass es auch sofort klappt. Ich meine, das ist ja, da sind wir uns ja einig, dass das halt so natürlich nicht funktioniert. Aber dafür ist es halt eben auch ein Kind. Und bei fremden Kindern, da wollte ich auch nochmal zu kommen, ja, also wie es mit unserem klappt, ist ja eine Sache. Aber dann gibt's ja auch noch den Punkt, fremde Kinder, die ihn nicht kennen, die haben meistens erstmal ein bisschen Schiss vor unserem Hund, ja. Aber das liegt natürlich auch daran begründet in seiner Größe, ja. Und wenn die dann erstmal so ein bisschen auftauen, dann merken die auch ganz schnell, dass er halt eben schnuppert. Und das war's dann auch, ja. Also aus dem Alter ist er raus, dass er alles in die Fänge nehmen muss, was er irgendwie, ja, vor seine Nase bekommt. Und da haben wir auch drei Kreuze gemacht, wie er aus dieser Welpenzeit dann raus war und der Hausrat dann auch so langsam ein bisschen sicherer wurde hier. Ja, das ist so viel dazu. Was ich noch gesagt haben möchte, wenn man denn Kinder hat und möchte, dass die mit einem Bridgeback aufwachsen, dann ist das sicherlich schön und toll. Den Gedankengang haben und hatten wir ja auch, ja. Also so ist es nicht. Das ist ja auch unser Grundgedanke gewesen. Aber ich will da auch mal eins vor Augen führen, was uns ja vielleicht nicht so bewusst war. Jetzt ist es das natürlich sehr, aber ich will's zumindest mal gesagt haben. Und zwar, als wir also unseren Simba haben hier einziehen lassen, bei uns war unser Sohn fünf. Und wenn man jetzt weiß, so ein Bridgeback, der wird circa zehn Jahre alt, dann muss man sich leider auch vor Augen führen. Also unser Sohn wird wahrscheinlich nie mit unserem Hund großartig Gassi gehen können. Das geht einfach nicht, weil man kann, naja, ein Kind, das genauso viel wiegt wie der Hund, den kann man eigentlich nicht an die Hand geben. Ja, also Leinführigkeit ist schön und gut und die wird auch besser und ist auch besser geworden und so weiter. Aber Fakt ist, wenn er was sieht und er will dahin, dann kommt er auch dahin. Also dann schaffen auch wir mitunter das nicht, je nachdem, wenn die Physik gegen uns spielt, ihn festzuhalten. Ja, ich will da mal ein Beispiel bringen. Vor gar nicht allzu langer Zeit ist ein Folgendes passiert. Wir sind spazieren gegangen und vor uns ist eine junge Ente aus dem Gebüsch gehüpft, so quer über den Weg. Ja, wir kamen gerade so um die Kurve. Plötzlich also lag zwischen Hund und Ente noch so anderthalb Meter und der ist dann nach vorne geschossen. Der Boden war matschig. Meine Frau hatte ihn in der Hand, also die Leine in der Hand. Und das war überhaupt kein Problem, ihr die Leine da aus den Händen zu reißen. Und ja, bette dich mal neu. Na ja, jedenfalls ist also der Simmer dann der Ente da hinterher marschiert. Gott sei Dank ließ er sich dann abrufen dann auch. Also der Ente ist nichts passiert und wir sind auch mit dem Schrecken davon gekommen. Also mit anderen Worten würde ich sagen, toi toi toi. Aber ich will damit halt auch darstellen, dass es halt nicht so einfach ist, ihn zu halten. Wenn er nach vorne marschiert und sich da 40 Kilo ruckartig in Bewegung setzen und er hat Kraft, dann macht man da auch nicht mehr viel. Gut. Während er hier sich säubert, würde ich mich mal verabschieden an der Stelle. Was ich noch gesagt habe, möchte ganz kurz vielen Dank für eure Hinweise, welche Themen ihr euch wünscht. Die kommen auch alle, versprochen. Und ich mache es jetzt eher so, dass ich dann in der Woche ein Video bringe, so am Wochenende hin. Und dass das dann halt auch was ist, was ein bisschen länger geht, wo ihr dann auch vielleicht ein bisschen mehr von habt. Und dafür kommt halt eben nur eins die Woche. Aber dann ist das alles easy zu handeln für mich und für euch dann hoffentlich auch interessant. Den Hund würde ich jetzt auch gar nicht mehr dazu zwingen, dass er Tschüss sagt hier oder sowas. Sondern der ist einfach müde und will seine Ruhe haben. Und die kriegt er auch jetzt. Also an der Stelle bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.